Nach Doku, Harry und Biograph plant Enthüllungsbuch. Holt Omids Kopi zum nächsten Schlag aus? Der Autor ist immer ganz nah dran an Prinz Harry, 38, und Herzogin Mekan, 41. Ihren Rückzug aus dem royalen Geschehen begleitete er in seinem Buch Finding Freedom. Seitdem gibt er immer wieder seine Einschätzungen dazu ab, wie sich die Lage zwischen den Bal-Californien und dem britischen Königshaus verändert. Jetzt plant Omid eine neue Veröffentlichung, in einem Buch will er offenbar die Abläufe in der königlichen Familie offenlegen. Wie es in einer Beschreibung des Verlages HarperCollins heißt, werde der Titel des Buches entgehen lauten. Darin würden die Vorgänge nach dem Tod von Queen Elisabeth I.I. Römisches Kreuz 96, beleuchtet, der Tod der Queen hat den Schutzschild um die berühmteste Familie der Welt abblättern lassen. Eine lange schwelende Krise der britischen Monarchie bricht sichtbar an. Omi ziehe in seinem Buch den Vorhang zurück. Um das Chaos innerhalb des Königshauses zu zeigen, hieß es weiter. Schaden wolle Omi der britischen Krone mit seinem Buch allerdings nicht, geht weiter aus der Beschreibung hervor, vielmehr gehe es ihm darum. Die Menschen aufzurütteln, es ist eine Art Endspiel für die Monarchie. Haben sie das Zeug dazu, es zu gewinnen?